Der faire Wert repräsentiert den Kurs, zu dem die Aktie weder über- noch unterbewertet ist. Liegt der Aktienkurs über den fairen Wert, so ist die Aktie überbewertet. Liegt der Aktienkurs unterhalb des fairen Werts, so ist die Aktie unterbewertet. Im Aktienfinder berechnen wir den fairen Wert anhand der durchschnittlichen Bewertung der Aktie in der Vergangenheit auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, des Kurs-Cash-Floor-Verhältnisses und weiterer Multiples. Rechts neben dem Chart wird das durchschnittliche Multiple dem aktuellen Multiple gegenübergestellt. Sie können das durchschnittliche Multiple überschreiben, um so den fairen Wert nach oben oder nach unten zu korrigieren. Durch löschen des überschriebenen Multiples setzt sich der Wert auf das ursprüngliche Multiple zurück. Im Gegensatz zu einer Discounted-Cash-Floor-Analyse zeigt die Bewertung im Aktienfinder den fairen Wert nicht nur zum heutigen Zeitpunkt an, sondern auch für die Vergangenheit sowie für die prognostizierte Zukunft. Die fairen Werte der Vergangenheit erlauben ein Backtesting. Je näher sich der Kurs in den vergangenen Jahren am fairen Wert orientierte, desto aussagekräftiger ist der angezeigte faire Wert. Die prognostizierten fairen Werte basieren auf den Median aller Analystenschätzungen der sogenannten Konsensschätzung. Zusätzlich zeigen wir anhand des Prognosekorridors die Extremabweichungen von der Konsensschätzung an. Je breiter der Prognosekorridor, desto höher die Unsicherheit der Schätzungen. Mit Hilfe der prognostizierten fairen Werte können Sie zudem Ihre Renditeerwartung bestimmen. Verbinden Sie hierfür durch Mausklick den aktuellen Kurs mit einem in der Zukunft liegenden fairen Wert. Für die Berechnung Ihrer Renditeerwartung können Sie auch die Extremprognosen des Prognosekorridors verwenden und erhalten so eine optimistische und eine pessimistische Renditeerwartung. Die optional einblendbaren Bewertungslinien ermöglichen eine weitere Anpassung der Renditeerwartung. Der faire Wert berechnet sich auf Basis der durchschnittlichen Bewertung der Vergangenheit. Standardmäßig werden für die Durchschnittsberechnung die letzten 10 Jahre verwendet. Sie können die Anzahl Jahre für die Durchschnittsberechnung aber auch auf 8, 5 oder 3 Jahre verkürzen. Dies macht Sinn, wenn die letzten 10 Jahre nicht repräsentativ sind, weil die Wachstumsdynamik des Unternehmens innerhalb dieses Zeitraums entweder deutlich zu oder abgenommen hat. Die Wachstumsdynamik Die Wachstumsdynamik